Alter! Ist das die alte CD? Machst du mal eine raus. So hört sich Julian beim Geschlechtsverkehrer aufbauen. Scherz, ey. Bist du nicht verarschen? Du bist echt hinter mir, du Faggots. Ja, hast du Angst? Okay, okay, er hat noch, er hat nen Hack drin. Hat er überhaupt nicht. Ich bin einfach nur ein Geist, ich bin überall. Guck rein. Hey, ich bewege mich hier doch, tja, was hast du für Probleme? Fick dich, Alter, er hat nen Hack drin. Ich kann euch auch fast exakt genau sagen welchen. Ich kenn diesen Hack, wo man sich außerhalb von seinem Spiel bewegen kann. Wo man was machen kann? Wo man sich außerhalb von seinem Spiel bewegen kann. Weiß ich nicht. Wie soll ich nen Hack machen? Ich überhaupt nicht. Nein! Falsche Test. Aber könnte ich mal Game Mode bekommen, ich will was mit TNT Mosse machen. Nee, du kriegst keinen Game Mode. Bitte. Du bist zu gay für nen Game Mode. Du musst erst die goldenen Äpfel alle wegwerfen. Was? Du musst erst die goldenen Äpfel alle zerstören. Ja, dann tu ich den Tier in die Truhe rein. Verdammt, ey, ich schaff den ersten Sprung nicht. Ich hab nichts, warte, ich clear mich sogar. Na gut, kann ich nicht, ich hab ja kein Okay, aber... Kannst auch selbst, auch so kannst du nicht clear'n, glaub ich. Doch, probier du mal, schreib mal slash clear. Klär, CubeSide. Warte, ich clear dich schnell. Okay. Damit das mir auch klappt. Warte mal, ich clear dich mal schnell. Klär dich mal auf. Den soll ich clear'n? Mich, CubeSide. Das soll möglich... Ah ne, warte mal. Bestimmt geht's da oben rum. Ja? Da bin ich voll runtergefallen, Cubi, ne? Ja, so clear zur Drago, ne? So clear zur Drago. Okay, dann müsste sie mich aber auch nochmal teleportieren, weil ich bin jetzt wieder am spawnen. Ach verdammt, warte mal. Hab ich schon gemacht. Boah, voila. Boah. Ist ja jetzt noch Game Mode, weil ich bin ja clear. Warte, ich bin runtergefallen da. Ja, mit shift um rumlaufen. Kommen ich... Ich möchte OP'n. Boah, Cougi. Da nerven die Cactus-Sprünge da. Sticken, ey. Du Hundesohn. Jetzt kommst du nicht mehr rein. Jetzt hast du dir verbockt. Mein Lieber. Okay, komm rein. Ich war doch schon so oft drüber. Ich lass ihn rein und er... Ey, du bist so ein Spasti, ne? Weiß aber, dass mich das eigentlich nicht juckt. Oh, du scheiß... Du bist eigentlich schon hin, weißt du das? Du hast die Tür zugemacht, gell? Ich nicht. Boah, das Spiel lag bei mir gerade. Geh mal ganz kurz weg, geh mal ganz kurz da weg. Geh mal da weg kurz. Siehst du das? Boah, dein Ernst, Nico, hör auf damit. Julian schießt, nicht ich. Nico, gib mir bitte OP oder Julian oder Can, wer auch immer. Nein, ich krieg kein OP. Dann hast du mich ausgespämmt, das macht keinen Spaß. Alle, die kommen da nicht rüber, ne? Ihr braucht Erfahrung, um die Challenge zu schaffen. Äh, so sieht's aus. Hä? Ach so? Oh, leu. Weißt du, sogar Dark Souls 1 war leichter. Geschafft. Ich hab gemerkt, dass ich bei der falschen Challenge war. Geschafft, ey. Erstmal Mucke anmachen. Das ist ein Spast, Alter. Ich weiß, wie war es so ein Paul Kalkbrenner. Julian? Ja, genau, Alter. Geil. Ach so, du skippst die, oder ne? Ja. Wenn der letzte geschafft hat, mach ich weiter. Nein. 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 Scheiße, ey. Alter, was macht Chandra eigentlich so weit vorne? Wart doch mal. Jean-Pascal? Genau. Oh, leu. Alter, jedes Mal, wenn ich springe, hab ich Frame-Drops. Drop the beat. F-f-f-frame, äh, drop the frame. Oh boy, here we have a letter of Sprintjumps. Just sprint, sprint like you normally would on a block, but jump slide in the wall on the wall, so you keep it. Alter, weißt du, wenn du den ersten Sprung schon dauerhaft nicht schaffst. Nee, danke, muss nicht. Das ist schlecht. Steam, bitte schön. Alter, Jean, wie weit hast du denn nun weitergespielt? Gar nicht weit. Nur zwei, äh, nur zwei Challenges. Ja, dann hör mal damit auf, ey, ernsthaft. Okay. Wart doch mal, Leute. Äh, tschüss. Oh nein. Ey, du hast, warte, komm, du machst die Challenge jetzt nochmal. Nein, fick dich. Doch, die eine, wenn du, wenn du weitermachst, dann machst du nochmal. Zack, rüber. Nein, fick dich. Fick dich, ich hab dich schon gemacht, du Arsch. Ja, aber ohne uns. Egal. Nee. Ja, die Mucke kann keiner hören, ey. Das voll, das, das hör ich immer am Sex. Was für'n Sex, dein Spaß. Ja, gell. Den nenne ich Montag, überhaupt. Boah, du Rundeson. Ich schwöre dir, ich fick dich deiner Mutter an. Alter, Rast seh'n auch sehr gut. Du kleine Lure. Äh, na, das ist voll scheiße, ich bin mir hier noch rum, weißt du? Jan. Sorry, ich hatte mal Spaß daran, dich zu treuen. Das ist ein Spasti. Jan ist homosexuell. Boah, ich hatte dich fast, ey. Das ist ein Spasti, ey. Kobi, du bist mein Homloser. Was machst du hier eigentlich da hinten? Ja, chillen. Achso, du machst die andere Challenge noch. Ja, klar. Boah, bist du schlecht. Achso, dann warten wir auf dich. Genau, wir warten jetzt ein bisschen auf dich. So, das ist ein Erfahrungsflöschchen. Ja, das ist assi, weißt du? Ich krieg hier wieder kein Game Mode, um euch mal abzufacken. Ja, ich will aber dann auch Game Mode. Nico. Ja, aber komm, ich hoffe euch mal beide. Danke, Schnucki-Pups. Ich könnte jetzt einfach Eiskalt Vergiftung reinhauen. Das war halt ein Bongo, ey. Alter, bei mir... Frames gerade geht gar nicht klar. Was soll denn das, ey? Ich schließe jetzt mal ein paar Sachen. Skype beenden. Ja, Teamspeak sollte ich vielleicht nicht beenden. Was hast du denn da gemacht? Nichts, nichts. Du brauchst Erfahrung, wir haben es gerochen. Alter, ich hab wieder keine Frames, ey. Was geht denn bei meinem PC schief? Ernsthaft? Ich guck mal kurz mal. So, da sind wir wieder. Und ich test mal, ob es jetzt funzt. Aber irgendwie läuft das nicht. Ich krieg keine gescheite Framerate mehr rein. Also ich hab die nächste Challenge geschafft, Leute. Ja, die hier oder die übernächste schon? Die hier, da wo ihr gerade seid. Boah, das kotzt... Das kotzt mega an. Ich sehe alle zwei... Oh, Mann. Alle zwei Bilder, ey. Oh, wenn ich mich so drehe, dann sehe ich noch... Halbe Umdrehung. Also, wenn ich mich so einmal drehe, dann habe ich zwei Bilder gesehen. Und dann bin ich wieder fertig gedreht. Okay, nicht. Das ist ja Kacke. Ja, wunderbar. Ich hab nicht mal was gemacht, wenn ich versuche, mit Fraps aufzunehmen. Wenn ich versuche, mit Fraps aufzunehmen, ist das bei mir auch so. Oh, Mann. Ja. Es ist mega kotzig. Ja. Ich glaube, ich starte mit dem PC mal neu. Das ist besonders nichts. Oder vielleicht hast du irgendwas im Hintergrund offen, was da gerade übel zur Leistung zieht. Vielleicht downloadest du was oder so. Sollte eigentlich nichts sein. Guck mal nach, ob Stream vielleicht gerade was macht. Ja, das kann nämlich sein. Nee, gar nichts. Okay. Jetzt sind 60 Frames. Hä? Warum? Auf einmal wieder 60 Frames. Aber sobald dich bewegt, nicht, oder? Nee, ich habe jetzt wieder ganz normal 60 Frames. Auch mit Aufnahme? Alles wunderbar. Ich nehme mich eben die ganze Zeit schon auf. Also, ich habe jetzt ein paar Aufnahmen gelöscht, weil da einfach... Da stand halt ein Frame für Minute da. Aber jetzt geht's wieder. Ja, jetzt kann ich die Challenge wieder ganz normal machen. Siehst du ja, da ich mich ganz normal wieder bewege und nicht irgendwie so die ganze Zeit stehen. Warum hast du eigentlich eine Gold-Diamant-Hacke? Warum nicht? Nee, ich frage mich, was das so genutzen hat. Äh, Babys killen hier. Ja, das sind Kinder. Deswegen habe ich einen Bogen, aber ich habe keine Pfeile mehr. Ich finde Axt irgendwie viel geiler als Schwert einfach nur. Ja, Axt ist auch geil. Aber ich stehe auf Diamantschwert mit Rückstoß und Power und so einem Zeug. Am meisten, am meisten Power. Ja, da werde ich auch immer ganz feucht bei. Und dann Flame One, ne? Und Infinite, Infinite ist am besten auf dem Schwert. Auf dem Bogen, meinst du? Ja, auf dem Schwert. Das nächste Einmal haut die ganze Zeit auf dich drauf. Kennst du Jan, gell? Das soll schaffbar sein. Ja. Okay, dann muss man mal durchspringen, gell? Hui! Nee. Ah! Halt das Schirr ab, Rudi! War leichter. Huh, bin durch. Also ich bin auch schon geschafft, aber die nächste Challenge ist extrem assi. Muss man ins Wasser springen? Da unten ist ein Block. Unter dem Wasser. Und auf die muss man. Nee, man kann auch einfach gleich aufs andere springen. Ja, kann man auch, aber... Nee, du fällst dann runter. Ey, auf dem Rand, mein ich, einfach hier springen. Du kannst doch auch auf dem Rand. Aber sonst, sonst fällst du runter. You don't say. Alter, lass, lass den Season Adventure mitbauen. Nein. In deinen Zug rein. In den, genau, in den Zug rein. Bin so Actionfilm, wenn sie so auf dem Zug, äh... Boah, f*** dich, Alter, Nico. Ich hasse diesen Sprung und ich krieg den nie hin. Welchen Sprung? Den letzten. Also nicht den letzten, sondern den Sprung von... Ah, du musst... Ich kann dir einen Tipp geben. Der ist eigentlich ziemlich... Haha, Johnny! Ich kann dir einen Tipp geben. Du springst und dann kurz bevor du da bist, dann drückst du einfach, ähm, ähm, Shift. Dann häckst du dich, dann klebst du dich nämlich dran. Du scheiß Noob. Ja, gut, ich würde sagen, wir hören auf mit Erfahrungsflächen und so'n Zeug, oder? Ja, ja. Man sieht's. Dann will ich da... Dann will ich da nicht unbeteiligt sein. Ja, klar, er hat's verdient, hallo? Warte, wir machen mal über die Tür zu, nicht, dass die hier raus wollen. Ähm, Kubi, weißt du, was blöd an der Idee ist? Das ist die nächste Challenge. Das heißt, wir müssen uns da... Ach, der Sam ist schon ein. Wir müssen uns da auch hinstellen. Ja, egal. Aber woanders halten die nicht. Ja, geil, lass aber da hinknallen, das tut dann lustig, dann erzählen wir halt nix. Wird ein schönes Ende. Also bei 5 Frames sollten wir aufhören. Ja. Nee, bei Server Crash. Das geht nicht, das ist unschaffbar, diese Scheiße. Ey, Can, der ist super leicht. Halt die Schnauze, da riecht mich auch. Das ist echt voll leicht. Potze. Can. Hahaha. Can, mach das so. Du springst da, ähm, du rennst und springst da hin. Und dann drückst du auf... Alter, wie viele das sind. Ähm, und dann, ähm, drückst du... Boah, Alter, klemmt jemand damit aufhören, bitte. Das, ähm, das fackt mich ganz ein bisschen ab. Du drückst Shift direkt, also ganz knapp, bevor, äh, bevor du bei der Leiter ankommst. Auch wenn ich 80 FPS hab, deswegen regt es mich trotzdem ein bisschen auf. Can, guck mal rüber. Ja, den Sprung mein ich doch nicht. Ich mein den anderen Sprung, den davor. Den, ne? Ja. Der ist doch mega easy. Ja, gell, der ist echt voll mega easy. Hm, der ist mega easy. Faggots. Alter, die Erfahrung. Äh, Kubi, Alter, ist mir egal. Kubi, guck mal, der ist doch mega easy. Boah, Alter, fress. Du kleiner Hundeson. Jetzt dann, guck mal, von wo ich den Sprung aus mache. Oh, zu kleine Hure. Oh, bist du schlecht, ey. Boah, Alter, ich sammle jetzt diese Erfahrung ein, weil... Nein, nicht Diko, nein! Alter, ich glaub, die Zuschauer werden jetzt epileptisch geschädigt sein. Oh ja, lass springen. Drei Sprünge geschafft. Vier Sprünge geschafft. Sechst Sprünge geschafft. Sechst Sprünge geschafft. Neue dazu werfen. Acht Sprünge. Ach, du hängst unten rum? Kannst du bitte damit aufhören? Ja, sorry. Du willst nur mehr leveln als wir. Genau. Ich sammle Erfahrung. Wie lang brauchst du denn? Komm, ich schick dir noch ein paar andere. Oh, kannst du bitte jetzt mal damit aufhören, wenn du du willst. Ja, ich mach, ich werf gerade keine. Kubi wirft die ganze Zeit welche. Kubi, hast du da mitmauern? Ne, 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 ne. Kalle wirft welche. Kubi, hast du da mitmauern? Ich hör auf. Ja. Neue zu werfen? Ich werf, ich werf immer noch. Ich werf Erfahrungsflächen. Was ist ne neue Idee werfen, jetzt Erfahrungsflächen? Einfach so, äh, pur. Ja. Oh. Wooh!